Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist Magen! Sie sind ein Befehl! 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 Ich bin eine Befehl! Ihr Weitere! Ichdest den Widerstand weggelegen! Sie haben sich gut daran getan, alle höheren Offiziere liquidiert zu lassen wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie, und doch habe ich allein, allein auf mich das Geld, ganz Europa erobert.